Hallo, hallo ihr Hübschen und willkommen zum Vollmond-Orakel. Wir haben Vollmond im Widder, das habe ich euch ja im Wochen-Orakel schon erzählt, dass mit diesem Vollmond die Veränderungen angeguckt werden, die es in euren Verbindungen, in euren Partnerschaften gibt. Ihr habt euch Wissen angeeignet, wie wird das Wissen für Veränderungen in den Beziehungen genutzt, welche Lernaufgaben wurden verstanden und nicht nur verstanden, sondern im Idealfall auch angegangen. Und innerhalb dieser Vollmond-Zeit des Vollmondes im Widder zieht ihr ja auch weiter in die Jungfrau. Ihr kommt aus dem Löwen, aus dem Feuerzeichen, die Venus war im Löwen und geht jetzt in die Jungfrau. Dazu habt ihr ja auch das Zusatz-Orakel in der Infobox, um damit für eure Verwurzelung, für eure Heilung, für euren Lebensweg nochmal die Schattenthemen anzugeben, wer da nochmal einsteigen muss. Weil für dieses Orakel sollte ich an Karten nehmen. Heal yourself, Reading Cards. Ja, das sieht man schon an den Lenormer-Karten. Der Baum steht ja für die Jungfrau. Da die Venus. Die Selbstheilung. Wie viel hast du verstanden? Wie viel Veränderung in deiner Verbindung forderst du selber für deine Gesundung ein? Ja, wie viel heilende Energie kommt da auf dich zu? Wieder mehrfach angezeigt. Heal yourself. Heal yourself. Und was kommt auf dich zu? Die heilsame Energie der Jungfrau strömt in dich ein. Und hier, das wie oben, so unten Tarot, das Element Feuer. Wie viel von der Feuerkraft in der Zeit, wo du im Löwen standest, hast du für deine Heilung genutzt und investiert? Das ist der Maßstab deiner Heilung und auch gleichzeitig Seelenpartner, Band, energetisches Band, auch gleichzeitig der Maßstab für die Heilung des gemeinsamen Energiefeldes. Was wir ja über die Tagesbotschaften schon rausgefunden haben, weil da ging es ja viel um die Energien, die auf dich einströmen. Und dadurch weißt du auch, an welchem Punkt du in dieser Verbindung stehst. Leckst du die nieder oder kommst du damit mittlerweile ganz gut klar oder bist du mittlerweile sogar einfach auf dich und deinen Lebensweg fokussiert? Das zeigt dir, an welchem Punkt du stehst und damit weißt du dann eigentlich auch, an welchem Punkt des Prozesses du bist. Weil erst wenn du in deiner Vollkommenheit, habt ihr ja auch das Paket in der Infobox ureigene Vollkommenheit, in deiner Vollkommenheit angekommen bist, wird der andere auch da drin angekommen sein. Aber das habe ich euch ja auch im Wochenorakel schon erklärt, mit den Anteilen von Schatten und Licht, die beide gleichermaßen in dir selbst zu integrieren, denn dann brauchst du einfach die Spiegelung nicht. Und solange du nur eine Seite davon lebst, wird dir die andere Seite von deinem Sehempartner gespiegelt. Bist du nur Licht, ist dein Sehempartner nur Schatten. Bist du nur Schatten, ist dein Sehempartner nur Licht. Bist du beides in dir vereint, wird der Spiegel durchbrochen und ihr seid vereint. Ja, aber das habe ich euch im Wochenorakel schon genug erklärt und die Achat-Kette und den vollkommenen Ton, das habt ihr ja auch alles in der Infobox. Jetzt gucken wir uns die Legung an. Ich habe den Impuls, merkwürdigerweise immer zum Widder, mal wieder auf eine Dreierkonstellation zu legen. Und ihr wisst ja, dass der Mars zwar in der Rückläufigkeit ist, also in der Innschau, der Mars, der steht fürs göttlich-männliche, ist in der Rückläufigkeit, befasst sich mit sich selbst. Ja, deswegen kommen ja auch so viele Energien auf euch zu, wie wir es über die Tagesbotschaften geklärt haben, werden im Verborgenen übertragen. Und ihr wisst ja, dass Mars noch mit Lilith im Widder steht, nicht mehr lange. Ich glaube, bis zum 20.10. war das. Und die Energien habt ihr ja auch in der Infobox. Und da ging es auch um Dreiergeschichten. Und jetzt, wo wir den Vollmond im Widder haben, soll ich nochmal aktuell auf diese Dreiergeschichten legen. Na gut, dann machen wir das mal. Da haben wir hier euch mit eurem Gegenüber, also ihr und einen Rat an euch, euer Gegenüber und seine Handlungsebene, sein nächster Schritt. Und Gegenüber gestellt, euer Gegenüber mit karmischer Lernpartnerin, und dann auch die Handlungsebene, die nächsten Schritte. Ja, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also, ihr und euer Köpfchen, was haben wir da? Da haben wir. Ihr macht euch Gedanken, tatsächlich Gedanken, um die, ja gut, das ist jetzt eine Wiederholung, um die Energien, die auf euch zukommen, umgekehrt, es strömt auf euch ein, und da geht es um Phönix, Wiederauferstehung, hier, Feuerelementen, verbrannt, ja, gibt es eine Wiederauferstehung? Wie wird eine Wiederauferstehung sein? Das ist im Grunde genommen eine Zusammenfassung der Mondenergien, welche Veränderungen ergeben sich? Ja, damit seid ihr einfach befasst, ja, welche Veränderungen strömen auf mich ein? Ja, gibt es da tatsächlich eine Wiederauferstehung? Ja, wie kann ich die Situation, ja, wie in den Tagesbotschaften, wie kann ich die Situation in die Veränderung bringen, ja? Welche magische Zutat, ja, welche magische Zutat, ja, Lernaufgaben, Wachstum, ne, benötige ich, um die Situation in die Veränderung zu bringen, ja? Und was macht ihr? Ihr seid da auch ganz wachsam und achtet auf die Zeichen, ne? Weil da halt so viel auf euch einströmt und auch das hatten wir in den Tagesbotschaften und auch im Wochenorakel, ne? Im Wochenorakel hatten wir die Karte mit den Botschaften, die über Lieder etc. pp. kommen, Also momentan dürft es, wenn man die gewisse Achtsamkeit hat, ja, überall, ja, an Zeichen hageln, ne? Ihr seid auf jeden Fall ganz geerdet, das finde ich gut, ja, die grünen Karten sind, ist wie unten, ne? Die blauen Karten ist wie oben, ist also das Energetische, das Grüne ist das Ödische und da haben wir auch die Königin der Münzen. Ihr habt euch eine Welt erschaffen, ja, das wisst ihr auch, ne? Ihr habt gearbeitet, gemacht und getan, ihr habt Dinge in die Veränderung gebracht und jetzt befasst ihr euch einfach damit, welche Zutaten bedarf es noch, ne? Was kommt da an Energie, an Wiederauferstehungsenergie auf mich zu? Was, was bekomme ich, ne? An Zeichen für das, was ich bereits erschaffen habe? Genau, ja, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Der König, der, ähm, der König der Stäbe ist auch Feuer, ne? Also hier, es geht viel noch ums Feuer und auch das habe ich euch in den Tagesbotschaften schon gesagt, ne? Dass, ähm, ihr euch mit dem Löwen, also aus dem Löwen, aus dem Feuer mit einem Knall verabschieden wollt, ne? Der Löwe verabschiedet sich mit einem Knall und ihr zieht dann ja auch Freitag in die Jungfrau ein, ne? Für den Oktober. Und, ähm, das ist das, was ihr euch hier anguckt, ja? Ich habe so hart für das, ähm, für den Punkt, an dem ich jetzt bin, gearbeitet, ne? Habe mir bereits eine eigene Welt kreiert und erschaffen, habe viel in die Veränderung gebracht und achte jetzt auf die Zeichen, was wird mir an König der Stäbe ist Feuer, ne? Durchsetzungskraft, Willenstärke, Vermögen, ähm, Durchsetzungsvermögen entgegengebracht, ne? Die einströmende Energie. Ja, super, kann ich, äh, gar nichts gegen sagen, ne? Da ist, das ist genau richtig, ne? Genau, guckt es euch an, achtet auf die Zeichen, guckt es euch an. Ja, super. Habe ich nichts entgegenzubringen? Was soll ich da sagen? Das ist eindeutig eine heilsame Jungfrau-Energie. Genau. Super. Und das ist auch der Rat an euch, ne? Ihr wisst, wieder umgekehrt, strömt auf euch ein. Ihr seid Königin der Münzen, das heißt, ihr guckt, ja, was hast du mir zu sagen, ne? Sage mir bitte, was du meinst, ne? Ihr guckt es euch an. Und das ist, habe ich, habe ich gerade noch gesagt, ich habe gerade noch gesagt, was soll ich dagegen sagen, dem habe ich überhaupt nichts entgegenzubringen, ne? Und der Rat an euch ist es auch, ne? Dass das völlig in Ordnung ist und jetzt wirklich abzuwarten, ja? Dass, ähm, der Marsch, der im Widder steht, ja, sagt, was er meint, ne? Und nicht herumschwadrulliert, ne? In den Heimlichkeiten verweilt, ne? Sondern sagt, was er meint. Genau. Sag, was du meinst. Richtig. Ja, super. Und sage auch, ich lege hier auf Dreierkonstellation, ja? Und sage auch deiner Familie, was du meinst. Das ist der Rat an euch, ne? Wird nur euch gegenüber gesagt, ja? Oder wird auch in die andere Richtung geredet, ne? Geredet. Und Tacheles, ja, wird mir gegeben. Tacheles gesprochen, ja? Was, ähm, hat er da jetzt auch weiter vor? Er sie erst gegenüber, ja? Was hat er da jetzt auch weiter vor mit einer bestehenden, äh, familiären Situation, ja? In welcher Form auch immer. Ob nun Langzeitbeziehung oder tatsächlich verheiratet oder 50 Kinder oder auch keins. Es gibt noch eine dritte Person, weil darauf liegen wir hier, ja? Ja, also, hast du diesen Teil auch gesagt, was du meinst? Sprichst du jetzt im Allgemeinen klar und handelst du da auch nach? Wie im Wochenorakel, ne? Das ist der Rat an euch. Im Wochenorakel hatten wir den Motto-Spruch für diese Vollmond-Phase, ähm, Taten sagen mehr als Worte, ne? Ja. Wir machen hier nichts mehr heimlich und im Verborgenen. Wir stehen hier jetzt im Licht. Ja, das ist doch mal ein Plan, ne? Finde ich einen super... Ja, und wieder, ne? Das ist jetzt die Königin des Feuers. Feuer, 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 Feuer. Ja. Wie in den Tagesbotschaften angekündigt, ne? Und ihr braucht dieses Feuer auch, um die Schattenarbeit, ne? Zusatz-Orakel, Venus in der Jungfrau, ähm, zu meistern, ne? Ihr braucht das auch. Ja. Genau. Der Rat an dich ist, nutze das Feuer, fordere ein, ja, was er zu sagen hat, er sie es, ob er es in alle Richtungen auch sagt und klärt und bleibe dabei Königin der Stäbe in deiner Willenskraft und Macht, ne? Fordere diese Willenskraft, dieses Durchsetzungsvermögen nicht nur von anderen ein, sondern stehe auch selber dafür ein, ja? Denn du kannst nur bekommen, was du selber bist. Und wenn du ein Fähnchen im Windel bist, ja, flatterig und biegsam und immer anschmiegsam, dann bekommst du halt nun mal auch das. Ja? Dann ist ein Gegenübere flatterig, ein Fähnchen im Wind, ne? Biegsam und anschmiegsam. Und das willst du doch nicht. Und das, was du einforderst, darfst du erst mal selber sein, ne? Wenn man im Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen, wird mir gesagt. Also wisst ihr gerade sehr genau, an welchem Punkt ihr seid und wisst deswegen auch sehr genau, was ihr an Ernte bekommen habt, ne? Seid ihr schon diese Königin der Stäbe, ne? Ja. Wogegen sollst du dich durchsetzen, ne? Das ist wieder das, was auf dich zukommt. Ja. Sieben der Schwerter gegen Hinterlist, Täuschung, Lügen, Arglisten. Ja, ne? Das, was wir hier schon liegen haben, ne? Welche Welt hast du erschaffen? Denn diese Welt bekommst du zurück. Das, was ich gerade schon erklärt habe, ne? Du bekommst immer nur das, was du selber gibst, ne? Und wenn du halt Hinterlist, Lügen, Täuschung und Arglist und so weiter und so fort bekommst, dann guck dir bitte deine eigene Durchsetzungskraft und Willensstärke an, okay? Wie viel von dem Feuer, in dem du gestanden hast, hast du tatsächlich integriert, ja? Integriert als Wissen, in dem Maße verändern sich deine Verbindungen jetzt, ja? Weil es wird dann immer in der äußeren Welt sichtbar. Ja, hier. Das, was ich gerade wieder gesagt habe, ne? Ich sage, hey, ich brauche die Karten überhaupt gar nicht, ne? Da haben wir nämlich den König der Münzen, die auf euch zukommende Idee, äh, Energie. In dem Maße wird ein Gegenüber seine Welt kreieren. Das ist der Maßstab, ne? Das ist das, was ich euch gesagt habe. Die Ernte bekommt man immer auf dem Silbertablett. Wenn man in der Lage ist, auf die Zeichen zu achten, weiß man dann auch ganz genau, an welchem Punkt man selber ist. Ne? Weil die Welt ist ein Spiegel. Nicht mehr, nicht weniger. Punkt. De. Ja, so ist das, ne? Ja. Und hier sind anscheinend noch Ängste und Zweifel. Die dominieren. Ja. Und dann, wenn du diese bekommst, ne? Dann hast du die aber kreiert. That's it. Ja. Das ist also der Rat an dich. Verstehe die Zeichen. In Tagesbotschaften angekündigt, in einem Wochenorakel angekündigt und hier jetzt auch nochmal. Warum? Ja, weil es ein Vollmond ist, ne? Wenn du diese Zeichen verstehst, dann weißt du auch ganz genau, was du verändern musst. Was du loslassen darfst. Von Vollmond bis Neumond lassen wir los. Und was darfst du loslassen? Deine Ängste und Zweifel. Und deswegen nochmal die Bestätigung, warum ich Schattenarbeit für die Venus im Jungfrau gemacht habe, ne? Habt ihr in der Infobox. Ja, was sagt denn ein Gegenüber dazu? Ja, ein Gegenüber bekommt die Energie von euch rein, ja, dass da immer noch ein Ausverkauf stattfindet, ne? Ein, ähm, ich verkaufe meine Seele für dich. Wenn ich dich zurückhaben kann, verkaufe ich meine Seele für dich. Oh Mann. Nein, 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 nein. Gar nicht gut die Idee. Und das habe ich ja auch schon in den Tagesbotschaften gesehen, wie viel Kampf und Kraft euch das kostet, ne? Und direkt danach folgt die Frage, äh, äh, ähm, Reusper, Reusper, Reusper. Ja, was hast du denn in der Vergangenheit gelernt? Welche Veränderungen müssen her? Reusper, Reusper, Reusper. Das sind die Energien, die ihm entgegenkommen, ne? Seine Seele guckt sich an, was du in der Vergangenheit gelernt hast und welchen Ausverkauf, in welchem Maße du noch deine Seele verkaufst. Ja, ja, ganz genau. Hier, Element Luft. Es wird ihm sozusagen über die Luft zugetragen, ne? Das ist in dem Kartendeck. Es blau, das Energetische. Hier, das ist der Elementargeist, die Sylve, ja, der, die Luft bringt ihm, er sie es, ne, deinem Gegenüber, den Wind der Intuition, ja? Ja, göttliches Timing halt, ne? Nähern wir uns der Lösung des Problems an, ja? Oder verkaufst du immer noch deine Seele? Genau. Was wird ihm über die Luft, über den Wind, über den Elementargeist, über die Sylve gebracht, was du halt erschaffen hast? Ja, sind wir wieder da, ne? Spiegel durchbrochen? Oder brauchst du die Spiegelung noch? Was hast du gelernt? Damit beschäftigt er sich. Ja. Sein nächster Schritt in deine Richtung wird wieder von den Energien, die du ihm überträgst, ne? Das ist hier ein ganz einheitliches Gesamtbild, übertragen, ne? Versuchung, ne? Wie weit kannst du dieser Versuchung widerstehen? Das ist alles. Was hast du gelernt, ne? Würdest du noch deine Seele verkaufen? Ja, wie viel Zugkraft? Wie viel, ja, ich hab den Buddha immer noch nicht da ist, tut mir leid, die Süßen. Wie viel, ähm, Metallbudda, ne? Wie viel Abgrenzung? 19. Wie viel Abgrenzung, Rückzug brauchst du durch? Noch, kannst du dich mittlerweile gegen diesen Seelenausverkauf wehren? Welche Welt hast du da erschaffen? Wie stark bist du im Feuer, ne? Ja. Schwappt mir da immer noch die Traurigkeit, ne? 19 und 5 ist zusammen die 24. Die 24 ist das Herz, ja? Wie viel Traurigkeit und Kummer über diesen Seelenverkauf, ja? Liegt da noch auf deinem Herz? Und danach wird sein Handeln bestimmt, ne? Göttliches Timing. Ja, hier guckt euch wieder das Feuer, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und der Mars. Ja. Und der Mars. Der Wunsch zu handeln, misst sich an der Notwendigkeit eures Mutes, ja? Eurer Selbstsicherheit und die Fähigkeit, euch gegen diesen Seelenraub zu verteidigen. und darauf warten sie. Und darauf warten sie. wo sie halt im göttlich-männlichen sein können. Und das göttlich-männliche ist ein Krieger und ein Jäger. Die Frage ist halt nur, ob du ein Opfer bist oder ob du dem Stand halten kannst. Und das ist ja das, ne? Das ist im Grunde genommen die Zusammenfassung. Kann er das ernten, ne? Kann er die Ernte des göttlich-männlichen annehmen, weil ihr mittlerweile in euch selbst angekommen seid, ja? Oder kann er da noch gar nicht reingehen, weil ihr sofort eure Seele verkaufen würdet? Also kann ich kein allgemeines Handeln sagen, weil der Maßstab, und das ist ja das, was ich von vornherein auch reinbekommen habe, weil der Maßstab des Handelns vom Gegenüber an dem liegt, was ihr jetzt übertragt. Ja. That's it. Na gut. Dann gucken wir mal, dann gucken wir uns mal an, was sie denn da mit den karmischen Partnern so treiben. Oder auch nicht eben, ne? Keine Ahnung. Schauen wir mal rein. Ja. Der karmische Partner ist ja dafür da, ne? Dass sie auch ihre inneren Kindthemen angehen. Das wisst ihr aber. Da muss ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Und, ähm, der, die karmische Partnerin, tut das aber auch, ja? Da schlägt ihm nämlich der Wind der inneren Kindarbeit entgegen, ja? Hm. Und er ist, er, sie, es ist hier auf Ablehnung. Die wollen nicht mehr, ne? Die wollen nicht mehr. Die wollen da raus. Die haben da keine Lust mehr drauf. Aber die wollen auch nicht aus der einen gescheiterten Existenz in die andere gescheiterte Existenz. Wollen die nicht. Die lehnen das jetzt ab. Die haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Die haben keine Lust mehr. Sie haben keine Lust mehr, gucken sich aber genau an, was würde ich denn hier bekommen? Ist das eine Person, die in ihrer eigenen Kraft und Macht steht und weiß, was sie will? Oder komme ich hier von, wartet mal, mir wird gegeben, von der Traufe in den Regen? Von der eingescheiterten Existenz, die von mir nur gerettet werden will, in die andere gescheiterte Existenz, die von mir nur gerettet werden will? Was hatte ich hier gesagt? Wie viel Mut, Selbstsicherheit und Fähigkeit, sich zu verteidigen, ne? Ist hier. Oder will die auch nur von mir gerettet werden? Oh, ja, okay. Sie haben mit der Rückgleichigkeit, mit der Innenshow, einfach keinen Bock mehr, andere Leute zu retten. Die möchten jetzt ganz gerne mal jemand Selbstständiges an ihrer Seite haben. Ja, was habe ich gerade gesagt? Die haben keinen Bock mehr auf Opfer. Und die benehmen sich ja auch wie ein Opfer. Und deshalb sind sie da total in der Ablehnung. Haben da keinen Bock mehr drauf. Die wollen nicht mehr der Retter sein. Die wollen raus aus dem Opfer-Retter-Täter-Ding. Kein Bock. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich kriege hier nur noch so Ächzen, Stöhnen, Seufzen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist ja Kratz. Und wie passend das auch ist. Na klar, wenn man im Opferbewusstsein ist, muss man seine innere Kindarbeit machen. Ja, ist logisch. Und das ist die Welle, die ihnen hier entgegenschlägt. Und das lehnen sie ab. Nö, bin ich raus. Bin ich raus aus der Nummer. Sorry, me. Ja, ich habe hier eine Dualseele. Ich brauche da nicht nochmal eine gekünstelte. Ja, wir haben einen Karma. Das löse ich auch gerne auf. Aber das löse ich auf, indem ich dir sage, lehne ich ab. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu anstrengend. Will ich einfach nicht. Part two. Die wollen das nicht. Alter Schwede. Ja, hier. Guckt mal. Fünf der Luft, ne? Ich habe da keinen Bock mehr drauf, ja? Auf diesen ewigen Kampf und Krampf hier. Was ist das für ein Scheiß? Kann man hier auch einfach mal irgendwo sein? Oder was? Ja. Nö. Und deswegen gucken die sich das auch so genau an, ne? Die haben keinen Bock, vom Regen in die Traufe zu kommen. Gibt es ja auch irgendwo mal selbstständige Frauen, die in ihrer Lebenskraft und in ihrer Mitte sind und wissen, was sie wollen und nicht immer ihre Seele verkaufen? Also das ist harter Tobak, ihr Lieben. Das ist harter, harter Tobak. Aber ihr wisst ja auch, dass man diesen Wutpunkt braucht, um Dinge in die Veränderung zu bringen. Und die sind an diesem Wutpunkt. An diesem Wutpunkt, dass sie einfach kein Opfer mehr an ihrer Seite haben wollen. Hier. Die wollen Mars sein. Die wollen in ihre Männlichkeit. Und das ist das, was sie in ihrer Rückläufigkeit, im Inneren, jetzt halt feststellen. Und das ist die Ernte. Ja? Deren Ernte. Deren Ernte ist, ich habe hier ein Opfer, ich habe da ein Opfer. Und wo ist hier tatsächlich mal eine Selbstständigkeit? Ne? Das ist anstrengend, das ist nervig, das ist ein Kampf und ein Krampf und die haben da keinen Bock mehr drauf. Die wollen eine Seele, die befreit ist, ja, und sich nicht ausverkauft. Die weiß, was sie will, die in der Mitte ihres Lebens steht und die das Leben bejaht und nach vorne geht und nicht rückwärts läuft. Krass, oh Mat. Das heißt, wie benehmen sie sich denn denen gegenüber? Ausnutzend. Krass, das ist genau das Thema der Schattenarbeit. Die nutzen diese Person hier nur noch aus. Hier, da. Und wissen auch wie. Und weil hier ja die innere Kindarbeit stattfindet und die sich auch als Opfer fühlen und dieses Gefühl ja erstmal da sein muss, damit man die innere Kindarbeit startet, das wisst ihr ja selbst, ja. Ja, guckt euch das mal an. Gott, Gott, das ist ja gruselig. Ja, aber genau das, dieses Verhalten führt halt erst in die Selbstheilung, ne. Boah. Ja. Die sind schon auf dem Aufbruch, aus dem Ausbruch, ne. Das ist ja das, was ich hier schon die ganze Zeit empfangen habe. Die haben da keinen Bock mehr drauf und nehmen nur noch das für sich passende mit, ne. Weil sie diese Person im Ganzen ablehnen. Und warum lehnen sie diese Person im Ganzen ab? Weil diese Person einfach zu anstrengend ist mit ihrem, in ihrer Opferrolle. Und die keine Lust mehr haben auf diesen andauernden Kampf und Krampf. Haben sie nicht mehr. Der Junge wird zum Mann und ein Mann will eine Frau an seiner Seite haben und kein Opfer, das mit gesetztem Alter immer noch so tut, als wenn sie ein kleines, abhängiges Mädchen wäre. ja, aber gucken wir mal auf die Seite rein hier. Da haben wir, ja, genau, hier, guckt euch das mal an. Verlockende, das ist genau die Schattenarbeit aus der Venus in der Jungfrau. Die verlockende Falle, ne, hier. Wie habe ich das, die Schattenarbeit genannt? wenn ich dienend und genügsam bin, liebst du mich dann? Opfer. Nein, ehrlich gesagt, finde ich das ganz schön abstoßend. Das nutze ich vielleicht für mich und meine Zwecke, aber mehr mache ich damit nicht. Ich kann dich ja als ganze Person so überhaupt gar nicht für voll nehmen, ja, und deswegen lehne ich dich ab. krasse Sache, ja, und was ist das? Schattenarbeit. Das ist genau das, hier, Venus in der Jungfrau. Bitte, bitte liebst du mich, wenn ich dienlich und genügsam bin? Nein. Kannst du dir da deine Opferrolle und deine Schattenarbeit bitte angucken? Hier, innere Kindarbeit, ne? Hier, doppelt angezeigt. Schattenarbeit. Hier muss die Schattenarbeit gemacht werden, weil sie komplett abgelehnt werden. Die werden komplett abgelehnt. Die werden nur noch benutzt. Auch in diesem Sinne und müssen sich jetzt diese Schattenarbeit angucken. Genau. Was empfange ich denn da? Was empfange ich denn da? Das ist jetzt die Schattenarbeit. Sich anzugucken, was empfangen wird. Ja, ist oft wahrscheinlich auch weiblich eher, ne? Der, die Vedos in der Jungfrau gilt ja nicht nur für euch, ne? Und die Vedos im Löwen galt auch nicht nur für euch, ne? Es gilt ja für alle Damen hier, ja? Ganz genau. Jemand, der auf, was empfange ich denn hier? Jemand, der immer nur noch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Das empfangen sie da. Und das kann man nicht damit gerade biegen. Das kann man damit nicht gerade biegen. Das kann man nur hiermit gerade biegen. Das, was bei euch im Gange ist, ne? So kann man das gerade biegen. Mit einem Möp bis hier und nicht weiter. Du spinnst wohl. Ich bin eine Königin, ey, alter Schwede. Und kein Haustier, ja, was auf eine Trillerpfeife und ein Leckerli hört. Sorry, Mi. Tschüssing. Ich gehe dann mal. Oh, kein Seelenausverkauf mehr hier. Oh, eine selbstständige Persönlichkeit. Eine echte Frau, ja, die weiß, was sie ist. Und kein Opfer. Hm, das weckt meine Männlichkeit. Oh, ja. Oh, nee. Und was bist du hier? Ein Opfer, das innere Kindarbeit machen muss. Das spricht meine Männlichkeit überhaupt gar nicht an. Sorry, Mi, das kann ich nur ablehnen im Ganzen. Was? Und wenn ich mich noch kleiner und noch dienlicher und noch gefügiger mache, ja, dann mach mal innere Kindarbeit. Guck dir mal deine Schattenthemen an, ja. Guck dir mal an, was du da von mir empfängst, ja. Ich benutze dich nach meinen Bedürfnissen, ja. Sodass ich für mich immer das Beste rausziehen kann. Und was machst du? Okay, ich geb dir mehr und mehr und noch mehr davon. Das ist eindeutig Schattenarbeit, ne. Haben die aber keine Lusten mehr drauf. Wahrscheinlich, weil sie das schon so lange mit euch gemacht haben, ne. Nee, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich hab hier wirklich so richtig, eine wirklich richtige Antisympathie, ein richtiges, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Hier, euer Energiefeld, ne. Ich will keine Vergangenheit mehr, ich will Zukunft, ne. Ich will Zukunft. Das kenn ich doch schon, ja. Hier so, ne. Das kenn ich doch schon, ich will das nicht mehr. Eure Energie, wenn ihr die aufgebaut habt, ist eine eindeutige Löwe, hab ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, Feuerelement, Telepathie, Energie, E-Übertragung. Wisst ihr ja auch, immer wenn wir einen Löwemond haben, mach ich Energiearbeit für euch, ne. und das findet hier statt. Und zwar in dem Maße, wie ihr selber, in dem gleichen Maße, wie bei euch, ne. Wenn eure Willenskraft und euer Durchsetzungsvermögen noch ganz klein ist, dann ist das da auch noch ganz klein, ne. Ist man da ganz still und kuschend. Und wenn ihr schon, ja, brüllen könnt und eure Seele und euch verteidigt und euren Wert kennt, ja, dann passiert das hier gerade im gleichen Maß, ne. Sorry, mach ich nicht nochmal. Ich drehe da keine Runde mehr drin. Ende im Gelände. Aus im Ofen. Wintersonnenwende. Ja, und worum geht es da? Hier, das ist ja wohl ein Knaller. Es geht darum, in die Selbstliebe zu kommen. Das kennt ihr alles. Ihr kennt das alles, ja. Guck dir hier. Guck dir an, was du da empfängst. Mach deine Schattenarbeit und komm in die Selbstliebe. Was tust du dir da an? Was tust du dir da an? Die wollen ihr Schicksal, da will sich das Schicksal jetzt auch weiter drehen. Ja. Wow, wow, wow. Und hier haben wir auch die Spiegelung, ne. 24 und 10 ist 34. Die Fische, die Spiegelung, die Spiegelung des Wassers. Genau. Der emotionalen Ebene, der Gefühle. Ja. Und 10 ist auch der Oktober, ne. Der Widder. Ganz genau. Auch die ziehen weiter in die Jungfrau und gucken sich an, was sie da haben. war ich damit überhaupt jemals erfolgreich? nö, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Schattenarbeit. ja, 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 ihr Lieben. Okay, ist alles raus, ist alles gesagt. Und das ist ja, 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 ja. Falls ihr diese Legung auf eure persönliche Dreierkonstellation haben möchtet, stelle ich euch die wieder in die Infobox. Venus im Jungfrau, Orakel für die Schattenarbeit habt ihr auch in der Infobox. den Metallbutter und den vollkommenen Ton, ne, die Kette aus dem Achat habt ihr auch in der Infobox. Also bleibt mir nur noch zu sagen, bis Sonntag für ein neues Wochenorakel. Da haben wir auch Portaltag. Bis dann. So am.